Wisst ihr, was mir als erstes aufgefallen ist an dem Film? John Wick kann viel mehr als ein militärischer Cyborg. Also, wenn die beiden gegeneinander antreten müssten, setz ich mein ganzes Geld auf John Wick. In einem Kriegsgebiet der Zukunft sollen ein Drohnenpilot und ein Androidenoffizier, dessen wahre Identität streng geheim ist, gemeinsam einen Atomangriff verhindern. Das ist der grobe Plot von Outside the Wire. Outside the Wire, der neue Sci-Fi-Action-Hit von Netflix. Die bekanntesten Darsteller, die hier mitspielen, sind Anthony Mackie, den wir alle kennen als Falcon in den Avengers-Teilen, spätestens seitdem. Wen haben wir noch? Michael Kelly. Den kennen wir aus der Serie House of Cards vor allem. Wen haben wir noch? Nachwuchsdarsteller Damson Idris heißt er. Der müsste dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, vom Gesicht her, aus anderen Serien und älteren Produktionen. Und wir haben noch Pilo Asbeck. Den kennen bestimmt auch noch einige. Regisseur des Films ist Michael Hafström. In der Vergangenheit hat er Filme herausgebracht wie The Ride, Das Ritual. Was haben wir noch? Zimmer 1408. Und ja, mit Arnie und Sylvester, Escape Plan 1. Also ich sag's euch gleich, ich war nicht unbedingt so begeistert von dem Film. Eine Vollkatastrophe ist es nicht, aber Netflix hat irgendwie einen Filmefluch. Während die Serien richtig gut hinkriegen, sind die Filme eher meistens mau. Nicht alle. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber die meisten Filme sind irgendwie... Nee. Also einfach... Nee. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Also Anthony Mackie ist hier tatsächlich das Positivste, was mir auffallen konnte. Er war schon mal besser in anderen Produktionen, aber hier ist er auch nicht schlecht. Ist einfach ein sympathischer Darsteller. Der junge Schauspieler Damson Idris. Ja, schlecht war der jetzt nicht. Also... Ja, war okay. Die Dialoge zwischendurch, zwischen Anthony Mackies Figur und Damson Idris Figur, eben über das Cyborg-Dasein, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Da waren ein paar interessante Dialoge dabei. Die technische Umsetzung ist oft auch nicht schlecht. Ja, also die Roboter an sich, diese Army-Roboter, die sehen gar nicht so schlecht aus. Obwohl ich sagen muss, die haben mich den ganzen Film über stark an die Roboter in Iron Man 2 erinnert. Von Hammer Industries. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich melde mal ein Bild ein. Die haben mich total an die erinnert. Hier und dort gibt es ein paar coole Action-Szenen. Ja, also es sind nicht so viele, wie der Trailer vermuten lässt. Aber wenn, dann sehen die eigentlich gar nicht so schlecht aus. Action-Freunde können ja getrost einschalten. Ja, da kracht und rumpst es zwischendurch mal ganz ordentlich. Kann man sich anschauen. Was ich ganz gut fand, war, dass der Roboter hier, ja, der Cyborg, gespielt von Anthony Mackie, der verhält sich sehr, sehr menschlich. Und der Drohnenpilot, gespielt von, der menschliche Drohnenpilot, gespielt von Damson Idris, ist, der wirkt eher oft wie so ein Roboter. Also diese vertauschten Charaktereigenschaften, die fand ich eigentlich ganz interessant. Der Film bietet kurz nach Mitte des Films, sagen wir mal, das letzte Drittel, eine sehr interessante Wendung. Die fand ich eigentlich ganz gut. Die habe ich so nicht kommen sehen und, ja, ist eine große Wendung. Und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der größte negative Punkt ist wahrscheinlich, dass der Film hier und dort mal nicht Sinn ergibt. Ja, ähm, ja, da gibt es wohl einen Bösewicht in dieser militarisierten Sperrzone, der heißt Viktor Kowal, ja, gespielt von, ach, wie heißt der Vorname nochmal von ihm? Pilo Aspek. Ähm, ja, alle sagen, er ist ein Geist, niemand hat ihn gesehen und dann läuft er da in den Nachrichten, also mit dem Gesicht, äh, das ist, äh, macht so jetzt auch nicht unbedingt Sinn, ne? Dann spielt Anthony Mackie hier den Cyborg, den militärischen Cyborg. Und, was soll ich sagen, mal zielt er absolut treffsicher und mal zielt er voll beschissen. Dann noch ein Punkt, dann sind die in einem Krisengebiet, ja, äh, in einem gesperrten Krisengebiet. Ich betone das nochmal. Und dann sind in der Bank ganz viele Zivilisten. Also, ganz normal gekleidet, ganz normale Zivilisten, die dachten wohl, die gehen mal kurz in der Bank, obwohl da überall rumgeballert wird und alles in Schutt und Asche gelegt ist. Hebe ich mal was von meinem Girokonto ab, wa? Ja, was mich super gestört hat, ja? Und da kann es nicht nur mir so gehen. Bei den, äh, Kämpfen, und ich meine jetzt nicht das Rumgeballer, sondern wenn einer gegen einen kämpft, gibt es, ah, total viele Schnitte. Ja, wenn Anthony Mackie gegen Roboter kämpft zum Beispiel, diese Schnitte, die sind mir total auf den Sender gegangen. Ja, das war im Sekundentakt. Also, ich, weiß nicht. Äh, das war, das kriegen wir auf den Sender. Hätte man jetzt nicht mal fünf Sekunden am Stück filmen können, wenn Anthony Mackie kämpft? Entscheint nicht. Die Schnitte waren ganz, ganz mies hier. Mich hat er jetzt nur mäßig begeistert, der Film. Ich habe aber auch eine Menge, Menge Filme gesehen, ja? Auch eine Menge, Menge Actionfilme, auch eine Menge, Menge Sci-Fi-Actionfilme. Und deswegen weiß ich, dass es besser geht. Und, ja, der Film verschenkt hier sehr, sehr viel. Aus all diesen Gründen bekommt Outside the Wire von mir eine 3 minus. Outside the Wire ist eine Netflix-Produktion und läuft logischerweise auf Netflix. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Mich hat er jetzt nicht so begeistert. Ich habe einfach, glaube ich, viel zu viele Filme aus dem Genre gesehen. So, das war es von mir, ihr Lieben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert, like, teilt und, ähm, ja, habt einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald, 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 bis bald Vielen Dank.